Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch ein Rezept für eine Torte aus Zwetschgen und Walnüssen. Wie wir das benötigte Pflaumenmus herstellen, haben wir schon mal in einem Video gezeigt. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Falls ihr das noch nicht kennt, dann seht euch dieses bitte zuerst an. Wir machen nun weiter mit dem Mürbeteigboden. Dafür benötigen wir 150 Gramm weiche Butter. Dazu geben wir nun 75 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Alternativ könnte man auch Puderzucker verwenden und anstatt des Vanillezuckers einfach eine Prise Vanille. Außerdem benötigen wir noch eine Prise Salz, 300 Gramm Mehl und ein Ei. Dieses Rezept ist darauf ausgelegt eine große Menge Pflaumen und Nüsse zu verarbeiten, da wir heuer eine sehr gute Ernte hatten. Nun verkneten wir alle Zutaten zügig miteinander, bis ein glatter, fester Teig entsteht. Sobald sich der Teig gut von der Schüssel löst, ist er fertig. Dann formen wir daraus so einen flachen Ziegelstein und lassen ihn eingewickelt in Frischhaltefolie etwa eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Wir haben das Rezept auch mittlerweile schon mit Öl ausprobiert, da wir keine Butter mehr zu Hause hatten. Dieser Teig funktioniert genauso gut. In der Zwischenzeit bereiten wir die Füllung vor. Dafür brauchen wir ein Päckchen Puddingpulver und dazu geben wir nun ca. 3 Esslöffel des Pflaumenmuses und verrühren das Ganze gründlich. Wir haben hier Puddingpulver mit Sahnegeschmack, da sich ja im Pflaumenmus bereits Zimt befindet. Vom Pflaumenmus messen wir nun ca. 1 Liter ab und bringen das Ganze zum Kochen. Sobald die Masse kocht, können wir das Pflaumenmus mit dem Puddingpulver einrühren und zügig verquirlen und dann lassen wir das Ganze weitestgehend abkühlen. In der Zwischenzeit stellen wir nun die gebrannten Walnüsse her. Dazu geben wir ein Stück Butter, etwa 50 Gramm, in einen Topf, lassen sie schmelzen und geben dann ca. 50 Gramm Zucker dazu. Jetzt rühren wir kräftig weiter, bis der Zucker vollständig geschmolzen ist und das Ganze wie Karamell aussieht. Diese gebrannten Walnüsse schmecken übrigens auch abgekühlt hervorragend. Sobald die Masse die Farbe von Karamell angenommen hat, können wir die Nüsse dazugeben. Wir benötigen ca. 150 Gramm Walnusskerne. Auch hier muss kräftig umgerührt werden, da das Karamell sehr schnell fest wird. Es soll sich gleichmäßig auf allen Nüssen verteilen. Und unbedingt aufpassen, dass man nichts von der Zuckermasse abbekommt. Diese ist äußerst heiß und lässt sich auch schwer abwaschen. Jetzt können wir dann auch den Teig weiterverarbeiten. Wir benutzen hier eine Springform mit 26 cm Durchmessern. Diese haben wir zunächst gefettet und dann mit Paniermehl bestreut. So klebt dann der Kuchen nachher auch beim Backen nicht fest. Diese Springform kleiden wir nun mit dem Teig aus und ziehen einen 3 cm Rand nach oben. Da hinein geben wir nun die etwas abgekühlte Pflaumenmusmasse und streichen sie noch glatt. Das einzige, was hier schief gehen könnte, wäre, dass euer Pflaumenmus zu flüssig ist. In diesem Fall müsstet ihr es dann noch weiter einkochen oder eventuell auch zwei Puddingpulverpäckchen verwenden. Zum Schluss streuen wir unsere gebrannten Walnüsse darüber und verteilen sie gleichmäßig. Wie findet ihr diese Idee und was sagt ihr zu unserem allerersten Kuchenrezept auf diesem Kanal? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Nun backen wir den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 160 Grad Umluft, etwa 75 bis 90 Minuten, bis der Rand goldbraun geworden ist. Dann lassen wir den Kuchen vollständig abkühlen und stellen ihn in den Kühlschrank. Jetzt kommt die Stunde der Entscheidung und wir werden gleich sehen, ob unser Kuchen funktioniert hat, denn dieses Video ist wie so oft der erste Versuch. Wie man sieht, sind die Nüsse in der Masse etwas eingesunken. Eigentlich wollte ich, dass alle oben bleiben. Aber solange die Pflaumenmasse fest bleibt, sollte das kein Problem darstellen. Gleich wird es spannend und Projekt geglückt, würde ich sagen. Das war unser Selbstversorgerkuchen mit möglichst wenig gekauften Zutaten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.